Nie ist es möglich, Menschen zu bleiben, auf diesem kalten, kalten Stern. Wir wähnten uns schon fast an den Zielen und waren ihm doch nie so fern. Solange hast du den Abzugspfinger, der Waffe krümmt, die mich bedrohen. Solange werde ich mich wehren, das ist das menschliche Gebot. Nur so ist es möglich, Mensch zu bleiben, auf diesem kalten Stern. Wie ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser irren, irren Zeit? Wir dürfen nicht die Augen schließen, vor all dem Kummer und dem Leid, das jeden Tag vor unserer Tür steht. Wir können nichts dagegen tun. Und das Verriegeln und Verrammeln, das macht uns sicher nicht immun. Nur so ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser irren Zeit. Wie ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser dunklen, dunklen Welt? Wir rote Beine in unseren Gläsern und ein paar Kerzen aufgestellt. Unsere Schatten wollen tanzen, in ihrem weichen, warmen Licht. Und wenn du mir dabei ganz nah kommst, erkenne ich wieder dein Gesicht. Nur so ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser dunklen Welt. So ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser dunklen Welt. So ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser dunklen Welt. Nur so ist es möglich, Mensch zu bleiben, in dieser Welt. Wenn du mir dabei ganz claimst, ibli, erkenne ich weiterweile. Dank um wirLC heiternin Im. Danke. 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 Danke.